Sachsen-Anhalt ist ein schönes Land. Leider bleibt es hinter seinen Möglichkeiten zurück. Nach 14 Jahren CDU herrschen Stillstand und Frustration. Angeblich wächst die Wirtschaft. Doch davon bekommt niemand etwas mit. Junge Leute ziehen weg, bei Hochschulen und Kultur wird gespart und kritische Geister aus dem Land getrieben. Zu viele junge Frauen sehen in Sachsen-Anhalt keine Zukunft. Und jetzt, wo viele Menschen Schutz vor Krieg und Verfolgung bei uns suchen, gibt die Regierung keine Antworten auf berechtigte Fragen zu Flucht und Asyl. Es ist an der Zeit, Sachsen-Anhalt wieder eine echte Perspektive zu geben. Die Politik muss endlich Fahrt aufnehmen, damit unser Land nicht mehr Schlusslicht ist. Aufbruch, Sicherheit und Solidarität, dafür stehe ich. Damit ich das umsetzen kann, bitte ich Sie um Ihre Stimme. Am 13. März Die Linke wählen. An, um 24. An, um 25. An in immer 5. An, um 25. An in der Kirchen. An, um 25. An um 25.